Hallo Leute, Willkommen zurück bei Red Talks für uns angespielte Spiel Tech Corp im Early Access. Ja, jetzt neue Folge und ich habe jetzt, wie gesagt, dieses Tutorial immer noch nicht abgeschlossen, auch offline gespielt, aber ich bin jetzt gekommen auf eine große Summe von 1,2, ja fast 1,3 Millionen und dadurch habe ich zwei Mitarbeiter, die Programmieren die Software, dann habe ich jemanden, so einen Forscher wegen der Technologie und noch jemanden, die Sachen ausprobieren und einen Manager, so wie ich habe es gesehen, es funktioniert und auch mit zwei Mitarbeitern, mit Programmierung für die Software, das geht Rückflug sehr schnell. Okay, aber jetzt, wir sollen unsere eigenen Teile forschen, so, nicht forschen, aber entwickeln und unsere Produkte, Produktkreation, gut. Das letzte Mal habe ich versucht mit euch diese Kopfe, aber da hatte ich auch nicht so die Ahnung, dann, man kann, man könnte die Videokamera freischalten oder die Fernseher, die Fernseher, man könnte auch versuchen, das mit Fernseher reinzusteigen und man, wir machen auch mit einem Fernseher, okay, so jetzt, die Fernseher habe ich freigeschaltet, jetzt müssen wir Plastik kaufen, Silber, Glas, Aluminium, Silikon, Zink, Platinum, Lithium, ah, Platinum, okay, da werde ich sagen, man kauft auch 4.000, ah, 4.000, okay, man könnte auch sogar, okay, das ist immer noch die Forschung, so, und jetzt, wir müssen unser Produkt anwickeln, jetzt, so, Fernseher, okay, Display, ich bin, ich bin, ich bin gegangen jetzt mit, äh, die, äh, fünfte Generation, so, ein CPU, Audio Unit 5, okay, so, jetzt kommt, äh, brauchen wir, eine Bodycase, Metall, okay, okay, das ist ein kleiner Fernseher, ich sehe gerade, okay, so, nächste, okay, 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 Metall, okay, gut, das ist ein kleiner Fernseher, Sie sehen auch, äh, die Namen, machen wir, machen wir, Red, Red, Red Sam, Red Sam, Szene, so, und jetzt, man könnte eine Firma herstellen, gerade Brand, okay, äh, die Namen, machen wir, Red Apple, oder, sie kennt Apple, dann jetzt ist Red Apple, red Apple, okay, gerade Brand, aha, das ist ein super kleiner Fernseher, oder, so, Performance, ja, Sie sehen auch, also, die Performance sind auch nicht so, ganz gut, aber, so, die Farbe, man könnte auch, die Farbe, auswählt, gelbe, oh, nein, 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 für einen Fernseher, entweder in blau, ah, ein blau wäre auch nicht schlecht, und schwarz, blau und schwarz, ja, ob, man könnte auch, diese Fernseher, ja, Red Sam, 10, okay, next, here we have your products software drag the booster left into the slot onto the right hand slide to level up each software component, you can products boost by production a software component 10, okay, da sind die, äh, die Sachen, können, das, man könnte auch verbessern, so, wie ich habe das jetzt verstanden, so, äh, QA Modul, QA Modul, okay, da werde ich sagen, mal versuchen auch, mit der Performance, oder, ah, die Batterie, ja, okay, die Batterie könnte auch stark sein, dadurch, und die Performance stark auch, okay, ich glaube, da machen wir, die komplett, volle Balk, so, die Performance werden gestär, werden gestär, werden gestär, so, Security Modul, erst mal für, äh, die Database, so, okay, und dann machen wir, UI Modul, da haben wir auch keine Bugs, sie sehen auch, dass die Bugs, okay, und Networking, ah, das macht auch, äh, Performance, ah, wir können stark mit Performance, äh, Networking, nein, das war, äh, Database Modul, okay, so, aber die Batterie, äh, live für die Database ist auch nicht so ganz gut, aber egal, so, äh, Optimization Modul, ja, man könnte auch, das versuchen, das irgendwie, die Performance kommt auch voll und ganz, aber die ULX Security, ja, machen wir auch Security wieder, äh, und DA Modul, und, äh, machen wir Optimization Modul, wieder, okay, dann, danach, wir haben die Operas, Soldat, so, der Betriebssystem, dann, erst mal die Betriebssystem, man, man könnte, äh, Networking, ah, haben wir auch die Networking, okay, Networking Modul, da muss man auch, vielleicht, ein paar, ein paar Sachen ansetzen, Optimization, ja, da muss man auch, ja, da muss man auch, voll und kannst gehen, auf die Optimization, Optimization, okay, aber, uh, da haben wir auch viel Bugs, äh, zu erwarten, aber, egal, man könnte auch versuchen, vielleicht ist die Fernseher auch nicht so schlecht, dass die Leute sagen auch, oh, da die Fernseher habe ich Interesse, so, aber, ich hätte gern die Bugs, so, aber, ich hätte gern die Bugs, nicht so viel alt, zum Beispiel, ich werde auch, man werde auch, etwas auch, raus machen, dass die Bugs, verschwinden, weil, sonst, aber auch trotzdem, aber, Bugs kommt noch dran, die Bugs kommt noch dran, okay, vielleicht muss ich, mit dem Datenmodul, ja, okay, so, ich glaube, dass die Fernseher werden auch, in Ordnung stehen, okay, gut, jetzt gehen wir in den nächsten Schritt, so, jetzt, wir müssen die Marketingkampagne auch festlegen, und, wann wir starten, äh, mit das Produkt, ich werde sagen, wir starten in 108 Tagen, Marketingbündet, ja, da müssen wir auch 400.000, habe ich gesehen, das war auch, das, äh, Erfolg, äh, der Reich, okay, Otsus, und das ist die Maschine, die kann man auch, jetzt, aber die Qualität, sie sehen auch, das, wir haben 100% auf 100%, aber Speed, das ist sehr schlecht, so, nicht so schnell, hier ist wieder schnell, aber Qualität, nein, lass mal die ganze Qualität auf, da müssen wir 5.000 Stück erst mal produzieren, oh, aber jetzt, uff, das wird auch, äh, sehr viel Geld ausgeben, Ausgabe, jetzt mal sehen, okay, launching, unmarketing, it's time to work, our product, will launch soon, okay, the first recommend is the software, put your program to work, okay, you will be prompted to see the, uh, okay, okay, da müssen wir, da müssen wir erst mal, check out the new, right side card created, for your product and work, okay, assign your programmer, marketer, okay, da muss ich jetzt an, jemand anstellen, für Marketing, so, erstmal brauchen wir einen neuen Schreibtisch, so, uh, 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 aber, Moment mal, ich will, äh, wir sollen Event, und, äh, Kommerzial, okay, da will ich auch nicht so viel ausgeben, 2,2, ja, ja, weil die, die Kampagne, äh, diese Marketing Kampagne, kostet sehr viel Geld, und, da, da, da müssen wir achten, okay, select focus, äh, features, ja, auf die Komponent, und, exciting, nehmen wir, so, das muss auch, die Leute sollen auch, sagen, wow, was für ein, Fernseher, die will ich sofort kaufen, okay, dann, man könnte, Soccer Match, okay, da, da gehen wir dran, select, okay, Direction, mal versuchen auch, die Werbe, äh, und die Marketing, zu verbessern, select focus, exciting, okay, so, uh, 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 you can, okay, Budget Left, uh, 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 da muss man, erst mal aufpassen, das kostet alles viel, viel Geld, ja, Budget Left, 717, das kostet auch, sehr viel Geld, Sie sehen, okay, gut, okay, so, after, set, okay, okay, ja, ich hab euch gesagt, ich soll, jetzt, äh, eine, neue Mitarbeiter einstellen, der Marketing, so, erst mal Marketing, Moment, da müssen wir noch, jemand suchen, für Marketing, Marketing, äh, jawohl, so, jetzt sind die paar Bewerber, okay, da, nehmen wir auch die Level 3, okay, und jetzt, Selecta Produkt, Redschein, okay, so, und jetzt, wir sollen, äh, Seta Taske, Selecta Produkt, Redschein 10, okay, jetzt, die Arbeit Online Software, für die Fernseher, werden wir sehen, ob das, weil die letzte Mal, ich hab das so nicht gemacht, und das ist auch, vielleicht auch, warum die Fernseher, äh, die, äh, äh, ich hab's, äh, probieren mit einem, Ad, und da war auch, nicht die Erfolge reich, die Erfolge, und dadurch, muss man, sie sehen auch, Marketing, ist auch am, so, jetzt, in die, Cancel, Total Viewer, Reception, Plus, äh, äh, Final Rating, Bad, okay, die, die Leute sind auch, nicht so begeistert, ah, wir können sehen, Red Charm, Red Sam 10, das ist die, äh, Red Apple, die Fernseher, hehehehe, 87 Dollar, ja, sie können das kaufen, Leute, hehehehe, das ist auch, etwas auch, sehr, sehr gut, in dem Spiel, diese Futures, Total Viewer, Final Rating, okay, das ist auch nicht so gut, übermäßig, sind wir, äh, nicht so erfolgreich, mit den, Werben, Final Rating, Bad, okay, aber die Leute, wissen noch nicht, wie die Funke, die Fernseher ist, ne, da sind wir gerade am Arbeit, mit dem Fernseher, so, okay, okay, ade, uns, okay, gut, jetzt könnte ich noch eine neue Werbe, äh, Marketing Start, ich werde sagen Event, und man, geben aus, Event, Trailer, und, Kommerzial, okay, erst mal Kommerzial, da muss man auch achten, das ist immer, okay, Projekt, da könnte man, sagen, ich höre mal das mit Sound, Spezialeffekt, da soll, die Spezialeffekt, da kommt, Direction, Production, ja, select focus, exciting, ja, so, jetzt, man könnte, wieder, für, äh, oh, für die WM, NBA Match, okay, ja, da müssen wir auch, alles machen für, äh, Werbung, dann, wir sind jetzt beim NBA, so die Basketball Spiel, und ich sage, wir machen einen extra langen Clip, 120 Sekunden, okay, jetzt, muss ich, äh, wieder, Walking on Fast 2, okay, so, aber jetzt, wir sollen auch immer noch Geld verdienen, nebendran, weil, da ist auch, äh, fünf Monate, okay, wir sind auch die Forschung, und die Forschung mit der Produktion, so, jetzt, ja, das ist immer die Sache, wir müssen auch, nebenbei, immer, äh, Software entwickelt, Geld, dass man auch nicht leer geht, mit dem Geld, weil, ich hab's auch nicht so, gedacht, am Anfang, ich hab nur gedacht, okay, okay, ich mach meine Produktion, mit meinen, Geräten, und auf einmal, da war kein Geld mehr, und das ist auch schlecht, aber wie gesagt, dieser Tutorial, das ist ein Tutorial, der bis jetzt, sehr lang dauert, ne, da muss ich zugeben, ich hab vielleicht zwei Stunden, allein, offline gemacht, mit dem Spiel, für, wirklich alles, äh, am Best zu, äh, bekomme, dass man sieht auch, wie das funktioniert, mit, äh, diese ganze, Gerät zu erstellen, aber, danach, ist die, äh, 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 verfügbar, mal sehen, ob ihr habt Interesse, mal sehen auch, wie lange ich mal auch, folge, ich weiß nicht, vielleicht noch zwei kommt, oder, vielleicht noch eine, ich werd mal sehen, aber, der Spiel ist kompliziert, aber, trotzdem auch interessant, weil, es auch etwas mit Management, und, sie sehen auch, das, äh, man könnte auch, Erfolge haben, oder, kein Erfolg, so, oje, oje, da haben wir auch, nicht so, eine gute, Rufe bekommen, ja, ok, Event Report, da war man nicht, äh, im Fußball, he, normalerweise, das war Basketball, ah, ha, 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 NBA, Regular Saison, ok, und, was haben die Leute, gezahlt dazu, uuuh, war wieder, sehr viele Leute, die haben, sich das, äh, Werbung, geschaut, ok, jetzt, ich glaub, dass, mit Werbung ist, jetzt, Waiting for Fast Free Setup, ok, so, jetzt, ich, muss immer achten, was wir machen, nebendran, ok, jetzt, das ist die, Phase 3, äh, äh, Endorsement, das, äh, das, äh, das haben wir nicht, genommen, Event, noch einmal, ja, weil die Event bringt auch sehr, sehr viel, und Kommerzial, ok, wir versuchen auch nicht so viel Geld auszugeben, das ist klar, Event gebe ich etwas mehr, aber Kommerzial, ja, kann man auch, hop, 4,3, man kann bei YouTube, das ist, äh, so wie YouTube, Subway, ah, Subway, ok, Airlines, man könnte auch versuchen, aber da muss ein R, aber, Ich werde es, ich werde nehmen beim Subway, ok, soccer match soccer playoff da könnte man bei die wm auch was versuchen aber ich werde sagen immer wieder beim basketball da war auch so viele leute dabei so und das machen wir auch allein direktion ja produktion ja sound jawohl spezialeffekt ok und da haben wir auch so jetzt bin ich immer noch mit dem forschung für so entwicklung von unserer software wir müssen auch kein geld verlieren weil ich habe die letzte mal so wie gesagt ich habe das gemacht aber mit einem kredit und dann war ich pleite und wir sollen immer achten nebenbei arbeit zu können aber das sagen die nicht in die tutorial die sagen nur ab dieser folge kannst du jetzt gerade diese pro produkt entwickeln und das und das aber die sagen nicht wie du kommst noch und die geld einfach ja das muss man auch selber klar setzen und sie werden sehen die fans die werden auch steige wenn die produkt geht auch ok ich muss sagen dass unsere mitarbeiter eher sollte erstmal pause machen ja jetzt ist ein großer coach eine konsol eine fernseher und zwei kühlschränke ja aber ich habe auch nicht mehr so viel platz im büro da könnte man auch bald umziehen wenn weil das gibt 33 stück und die büro oder ich glaube mehr ich weiß auch nicht ganz so genau ich habe die dritte stücke stücke gesehen es war auch nicht schlecht dass die größe und viel platz auch für arbeit für die mitarbeiter so jetzt leute müssen sie auch wieder so event report ja ok jetzt wir sind gerade zu sehen bei die u-bahn station red apple red sun zähne ja only 87 dollar ja so man könnte auch es gibt total view da haben sich viele leute das angeschaut aber nicht so die erfolge ok aber wieder wir sind wieder zurück bei dir basketball und wieder die werbung hat jetzt mehrere zuschauer bekommen alle sagen das war schlechte 0 aktor wer hat diese sache gefunden ja ja ok jetzt wie gesagt muss man auch achten da brauchen wir sieben stück für so erstmal warten wir auf die entwicklung und da machen die auch immer pause wie war ok aber kann sie noch zurückkommen arbeit ja jetzt jetzt geht unser aha was ist das wird sammelschen ok 5000 stück werden produziert marketing score nicht schlecht software quality 100% total hype 100 auf 100 produkt apple kritik rezeption 6 auf 10 rating d ok dann jetzt jetzt könnte man sehen vielleicht auch jetzt haben wir schon zwei fans bekommen 3 mittlerweile ja unser fernsehen hat erfolge jetzt so jetzt erstmal die forschung müssen wir immer gucken mit die software entwicklung weil ich muss auch so wir müssen keine geldverlust machen so wir müssen 500.000 gewinn machen das ist die ziele ja weil wir haben auch in produktion sehr viel ausgegeben so mit die ganze entwicklung habe ich viel geld ausgegeben und auch dazu die produktion kostet die werbung kostet ja da wollen wir auch ein groß umsatz und dadurch ich hoffe dass man könnte auch eine neue neue produkte erstellt so bald wie möglich so jetzt 12 13 fans ok und dadurch ist gut so was ist gut ich habe keine kredit gemacht und dadurch ist auch sehr sehr gut weil vorher habe ich das versucht aber mit kredit und dadurch bin ich bin bankrutt gegangen und das war auch nicht schön jetzt 16 fans ok man könnte auch irgendwie mehr so jetzt die software ist auch erledigt eine neue software arbeiten wir auch daran da brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir etwas neu ja die ui komponent so ich kann das auch löschen 25 fans ok weil das ist auch sehr wichtig dass die wir forschung immer die neue technologie auch zu für die entwicklung sowieso ich muss auch zu geben dann sind wir jetzt die fernseh so ein fernseher haben wir gestartet als produkt aber die nachste könnte man kamera starte so ein foto aber hat es wird auch vielleicht auch nicht so schlecht vielleicht haben wir auch die erfolge so jetzt ich guck mal gerade ok da haben wir auch so viel gemacht ok jetzt eine taske wir brauchen wir auch nicht so viel für diese software ja rückstück ist auch ein großer gewinn sie sehen auch dass man verkauft diese fernseh und dazu jetzt mit software entwicklung ja man bekommt auch geld aber wie gesagt dieser tutorial da muss man sehr gut überlegen wie man anfangen mit dem spiel also wenn sie machen alles schnell 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 dann sind sie auch bankrout oder sie fernstehen auch nicht so wie ich hab es auch gesehen dass es war auch nicht so oh an 4k 4k auf losung haben wir geschafft sehr gut sehr gut das konnten wir auch eine neue fernseher erforschen oder etwas andere mal mal sehen mal sehen aber jetzt wir sind auch mit technologie die stufe 7 ich habe sowieso jetzt die 1080 pixel geschafft zu forschen jetzt die 4k ok vielleicht die nächste stufe ist 8k und danach wieder 12k oder ich weiß nicht wieviel kommt noch jetzt man könnte auch diese arbeit ihrer stoppen und man sollte auch wieder ja die machen auch bald alle pause oder ja der manager ist nicht da sie sehen auch der manager ist nicht da und dann arbeiten sie auch nicht zurück weil der manager gibt auch die die inweise so aber was ist los haben wir immer noch development ist europe ok inventory ah die sind alle weg 5.000 haben wir verkauft ok die sind alle nicht so gerade begeistert gut aber nette profi da haben wir auch nicht so eine ganz gute sache gemacht also durchschluss und wir auch wieder weitermachen mit forschung so jetzt ich muss erstmal auch stoppen wir machen noch 3-4 minuten in dieser folge noch wieder zusammen und es kommt auch wieder sowieso eine neue folge werde ich auch stoppen mit den aufnahmen weil wie gesagt ich war sehr lange beschäftigt mit diesem spiel mit den tutorials wo ich bin noch nicht mal fertig sie sehen auch dass die tutorial dauert immer noch und gerade habe ich auch sehr viele stunden gemacht mit dem spiel ok aber für die nächste man braucht wieder über 1 million für etwas neue zu starten so ein neues produkt zu starten so ich gucke mal gerade was haben wir ok da brauche ich wieder diese back-up 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 komponent so jetzt 4 auf 4 ok dann brauchen wir noch Stopps die Optimisation ok Optimisation Komponent jawohl und bald haben die Pause oh, aber die Frau hier Rose Smith kann Pause machen. Da braucht sie Energie wieder und ja direkt geht sie etwas trinken und der Manager der macht auch sofort Pause und okay die Mitarbeiter die in Programmierarbeit sind auch immer noch sehr viel beschäftigt. Tja weil ab und zu der Manager geht in Pause und dann die beiden Mitarbeiter gehen auch mit und dann ich könnte euch sagen im Büro schafft keiner mehr. Da sind die alle nicht mehr beschäftigt. Der Manager macht nicht so die gute Anbrücke als er wird die Leute berufen zu sagen ob ihr jetzt hier ist Arbeit. Ich bedanke mich noch für zu schauen und in eine neue Folge geht das weiter. Ich hoffe sie haben Spaß wir haben unser erstes Fernsehen verkauft. Gut mit Gewinn nicht so ganz aber vielleicht mit der Technologie, Forschung und Entwicklung vielleicht schaffen wir auch etwas an besseren Rufe zu haben. Weil für den Moment 42 Fans und Red Apple ist die Firma. so die Mark hat schon eine Rufe bekommen aber ja man könnte auch wie gesagt alles verbessern. Okay ich wünsche euch alles gut und wir sehen uns in einer neuen Folge gemeinsam. Bleibt sie dran und tschau machts gut. Musik 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 Musik